Unterwegs mit dem Motorrad. Die Landschaft fliegt vorbei. Der Motor vibriert. Ein Gefühl, das süchtig macht. Das Motorradfahren gibt einfach ein Gefühl von Freiheit. Man kann fahren, wohin man will in der Regel. Es ist ein anderes Gefühl. Man riecht mehr, man sieht mehr. Fühlt sich ganz anders an. Wann immer es Ihnen möglich ist, braust der Harley-Davidson-Club Breitenfelde über den Asphalt. Sie verbindet die Liebe zum Motorradfahren und jeder hat seine eigene Bikergeschichte. Mein Mann, der hatte endlich seinen Traum in der Harley und ich saß dann hinten drauf. Aber das gefiel mir nicht. So bin ich dann auf die Idee gekommen, selbst einen Führerschein zu machen. Ich habe mich heimlich angemeldet, einen Führerschein gemacht und seitdem fahre ich selber. Während sie erst spät das Motorradfahren entdeckte, packte Andreschen als Kind das Bikerfieber und lässt sie bis heute nicht los. Ich habe dann über drei Stunden auf diesen Menschen gewartet, dem dieses Motorrad gehörte. Der kam dann, hat das mit dem Kickstarter zweimal getreten, das Motorrad sprang an, hat das gleiche Auto überholt, eine schwarze Rauchfahne blieb zurück. Seitdem schlägt mein Herz Harley-Davidson. Wer einmal auf einem Motorrad mitgefahren ist, versteht, was die Biker immer wieder auf die Straße treibt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017